Ja, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau. Will da gar nicht so viele Worte drüber verlieren. Ich habe gedacht, ich mache mal ein Bit für das jüngere Publikum. Ja, könnt ihr dann gerne schauen bei VK, BitChute, Odyssey, Telegram, die sich den Trailer bei Windows TV aufrufen, entsprechend den Link kopieren, ab in die Browserzeile. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.